so herzlich willkommen zurück zu wasteland 2 und weiter geht's schauen was ist das denn eine valve ah logbook updated okay attach repeater units das muss ich ja noch machen da bin ich ja immer noch dabei highpool helfe ich gerade alles klar wie noch ich bräuchte noch ein bisschen money wird langsam bisschen knappi bisschen knappi 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 war das das da das ist ein ekliges vieh aber es greift mich nicht an das ist schon mal gut okay da gibt es ja eigentlich keine händler mein haus ist burning down was soll ich machen okay der ne hat das ist Ich weiß nicht, ob wir die Flüge schließen können oder was? Ich quatsche mal ein bisschen mit dem hier. Okay, ja. Smartass. Oh nein. Das muss einfach funktionieren. Habe ich Ihnen überredet? Wenn er aber genug Wasser hochpumpt, könnte er damit das lösen. Und Quest erledigt. Super. Ja, das Ding habe ich ja gefunden. Aha. Aber wo soll ich das denn anbringen? Ach, da. Da. There is no way to operate without detaching it. Ja gut. Irgendeiner hat das doch aufgesammelt. Wer war das denn von euch hier? Da. Use. Guck da. Guck mal, so einfach geht das. So einfach sind die Quests hier. Das should do it. Das should do it. Ja, ne. Heide Ruhe gemacht. Okay, als Belohnung. Okay, als Belohnung. Okay, als Belohnung. Ja. Na gut, dann gehe ich weiter. Tschüss. Okay. Ah, dann kann ich wieder Digi-Digi machen. Ne. Schießt du dich auch. Ich schieß dich schon nicht. Keine Angst. Wo ist denn meine Schuppe? Ja. Aha. Aha. Kann ich die auch hier drauf benutzen? Ja. Cool. Einfach alle Gräber ausgraben. deklic. Ne, boah wie ist BB Gun. Umständlich. Ah, dreißig nur sechs round. Sechs Stück? Wow. Die kann ich erst mal hier ihm geben, am Sniper-Düken, wo ist er denn hier, der ist da, ne, ja alle, da kann er denn nicht mal, er hat auch schon wieder keine Muni ey, drei Stück, wow. Ah, muss ein Reload hier, da ist nur 6er-Round, hab ich ihm die nicht gegeben gerade, hä, hä, verschwunden oder was? Oder hat er die drin? Komisch, steht ich doch gerade. 38 Kaliber. Mysteriös. Naja, vielleicht ist er hier halt drin, man sieht das nicht. Und man sieht es einfach nicht, hoffe ich doch. Wenn die jetzt weg wären, schade. Man scheint sehr, sehr rar. Hä? Hä? Was ist denn jetzt von mir? Was ist denn, wenn ich jetzt den Grab da geständet habe oder was? Was ist denn, wenn ich dich vor 탄ất? Ach, was ist denn, wenn ich da gesteigte an der Handstattung? Ja, geht's. Was ist denn, wenn ich da gesteigte, bin ich schon, wenn ich da gesteigte? Was ist denn, wenn ich da gesteigte? Was ist denn? Ja. Ich bin da gesteigte. Ja. Wie ist denn, wenn ich da... Wollen die jetzt von mir? Boah, wie kommen denn die? Ah, der macht wenigstens gut Schana mit, der Mörser. Ich versteh mal nicht, wieso die mich jetzt angreifen hier. Was ist denn los? Weiß man nicht mehr. Komisch, ey. Oh, scroll doch schneller hier. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Triff verdient 78%? Nice. Boah. Geil. Oh, komm mal näher. Ja, der wächst nicht viel aus. Aber ich glaub, die wollten nicht, dass... Ich hätte die Gräber ausbuddeln. Ach, schon wieder Weapon Jam. Gibt's doch nicht, ey. Das ist geil, ey. Da ist er gut. Wenn du Muni hast. Ansonsten... Kann er nicht viel. Okay, das reicht zuerst mal. Ich krieg dir jetzt noch eine Shotgun Blaster. Ich krieg dir jetzt noch eine Shotgun Blaster. Komm näher, komm näher. Ja. Boah, da kommen ja noch viele, ne. Ja. Das war alle kommen sie jetzt. Alle. Oh, komm, baby. Oh, komm, baby. Ja. Ja. Ich hab noch einen Boden geschmissen. Er ist down. Ich könnte auch einfach schießen, ne. Aber dann würde ich ihn treffen. Ah. Mist. Da kommen noch mehr. Oh, lass meinen Sniper in Ruhe. Alter. Der muss hier weg. So. Gut. Das machst du sehr, sehr gut, Omi. Äh. Jawohl. Jawohl, war ein guter Schuss. Jetzt kann ich die vielleicht nicht... ...alle mitnehmen hier. Ich hab den Shotgun durchballer. Ja. Ja. Genau so wollte ich das haben. Ja. Kann ich auch ruhig mal ducken. Ja. Kommt ruhig an, ne. Ich stehe ja auf dem Friedhof. Dann werde ich sie auch direkt begraben. Ducken. Und schießen. Ja. 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 Und da kann ich mich besser hinstellen. Ist doch eigentlich in Ordnung so. Ja. Die laufen eh alle dahin. Es ist einfach warten. Die werde ich hier mal hinstellen noch. So. Crouch. Ja. Wo bleiben die denn? Das sind ja noch 10 Stück oder so. Wie das da oben aussieht. Ich finde ein bisschen blöd, dass er sich nicht mal resettet. Langsam mal. Ach, okay. Dann laufen wir mal alle. In die Richtung. In die Richtung. Ach, okay. Ich weiß nicht, wo die hängen. Wir sind. Kann ich ja gleich noch looten. Kann mal weit laufen. Ja. Da sind sie auf einmal. Ja. 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 Ach. Ja. 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 Ich hab's gar nicht dran gedacht. Aber er müsste den ja eigentlich direkt bekommen hier. Gucken wir uns doch mal. Ein bisschen zurück hier. Komm. Will ich? Na nicht. Dafür macht sie prozentige Chance. Jawohl. Von ihr noch einen. Ah, ein HP. Gibt es das? Wow. Boah. Wo kommen denn da, ey? Soll ich den mal heilen? Ein bisschen zurück, weil ich sehr, sehr schwach. Einen Schuss hab ich noch. Ist vorbei. Die Waffe ist so geil, ey. Ein bisschen zurück hier. Wieso kann ich denn nicht? Kann mich nicht bewegen, ey. Schöne rein. Schöne rein. Bumsen, ey. Och, nö. Was ist auch der letzte Schuss von ihr? Die einfachen Bauern hier, die machen ja gar keinen Schaden. Oh, so viel AP für nichts ist gebraucht. Keine Muni mehr. Ich habe doch gar keine Muni mehr. Ich nehme die dann hier wieder, ne? Ja, auch noch ein Dreischuss. Komm, Rumi, triff. Boah, Mörser. Zeig mal, wie du kannst hier. Einen Schuss hast du noch? Müsste eigentlich down bekommen hier. Ja, nice and done. Unjammed. Aber jetzt habe ich keinen... Keine Action Points mehr. Drei Schuss, toll. Wow, 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 wow. Ich muss doch lieber hier ein bisschen... ...den Nagelbohr als auf den Rauf rumhämmern. Oh, vielleicht schafft sie das ja auch, ja. Oh, nee, schafft sie glaube ich nicht. Nee. Aber eher jetzt. Boah. Boah, und viele. Boah, die sind irgendwie ein bisschen nervig, finde ich. Jetzt sollten sie aber mal eben ein bisschen schneller zusammenfassen. Soll ich es sagen? Yes, it's true or no? It's not true. Ja, ich sag, it's not true, ne? Erstmal lügen schön. Wie geil ist das denn, ne? Also, wenn wir erstmal hier schon looten... ...eine Sichel. Old Navy Revolver, das ist die Wine Bottle, Scrap. Ja, Revolver, aber ich das alles verkaufen könnte, ne? Ist mir so geil. Ich bin total überladen gleich. Aber da ist noch ein Grab, was ich erstmal ausgraben werde. 75 von 81, okay, das rappelt voll. 65 von 105, 30 von 81, der kann noch viel tragen. Die kann auch noch viel tragen, okay. Was geht da eigentlich? Ich sage, schau. Wurde mal rum. Dann ist auch noch. hatte die mich da angegriffen sollte machen hier ist noch eine versteckt hinterm baum shotgun muni und weil ich immer gerade am leben die ist nicht gut ne 4 bis 6 damage nur sicher ist jetzt auch nicht so der burner aber man kann ja mal hier ihr eine geben dann hat sie zumindest auch eine nahkampfwaffe sich dann besser 4 bis 8 5 bis 10 ja die kann sogar ein bisschen mehr geben wir ja auch eine sich mal reinpacken die hat auf jeden fall noch genug ammo sie könnte noch zweimal heilen sie hat jetzt wieder acht schuss immerhin 5,10 available also 10 schüsse ja doch so 7,62 muni schlecht muss er gleich mit einer billig billig revolver schießen hier habe ich auch nicht mehr so viel erstmal kurz alle nachladen noch mal ah nein hunting rifle war die besser oder was 10 bis 15 10 bis 15 schon wenig ammo ja was mit dem hier baum dann gehe ich hier ein bisschen ja ein bisschen dort ein paar waffen ein bisschen aufteilen und old bone gut immer noch leicht aber nur close nur close so dann werde ich mal weiter hier die stadt aufräumen und wie es dann weitergeht seht ihr dann in der nächsten folge haut rein leute ciao ciao auch